Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, wir haben ja bei der letzten Folge schon gesagt, dass wir uns heute ins Gasthaus begeben werden. Das ist wahrscheinlich nur die Kunden, die warten, um ihre Essen zu kommen. Es dauert Zeit, das Fleisch genug zu lösen, um die Stabwände zu lösen. So ein bisschen, hier, die haben auch WLAN, oder zumindest Internet. Ich weiß nicht, ob es auch WLAN ist hier, ob es eingeschaltet ist. So, kann man leider auch nicht draufklicken oder so. Reden wir erstmal mit ihm, ja. Ja, danach sieht er jetzt aber nicht aus. Ja, hallo. Do I know you? Please go away. Mein Name ist Buzz und ich bin Tourist. Mein Name ist Buzz und ich bin Tourist. Mein Name ist Vasile und ich bin der Alpha-Mail. Ich bin nicht bragging. Ich will nicht, dass es konfrontierend klingt. Ich möchte es einfach raus, damit es kristallisch klar ist. Okay, Vasile. Ich kann das respektieren, denke ich. Wie ein Alpha-Männchen sieht er aber nicht gerade aus. Wie ein Möchtegern Alpha-Männchen. Okay, das könnte passen. Ähm... So, was geht's? Schau, Mann. Ich bin ein bisschen beschäftigt, um die Warnung zu bekommen. Würdest du einen anderen interessieren? Sieh, gut. Warte mal. Vielleicht könntest du dir helfen. Wirklich? Wie? Komm, stehe neben mir. Darum schreien ich noch mehr. Mit Kontrastem, weißt du? Danke. Ich werde passen. Kann ich nicht bestätigen. Also, wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, so rein von der Optik kehrt, definitiv der Linke. Hast du eine Mädchen, die sich umgebracht hat? Nicht, seit ich hier sitze. Und du kannst mir vertrauen. Wenn es etwas gibt, hätte ich mir bemerkt, wäre es eine Mädchen. Ist sie schön? Keine Ahnung. Das kaufe ich ihm sogar ab. Ähm... ein schöner Beard. Natürlich ist es schön. Es ist nur in den Bremsen der beste Rated Beard Salons im Land gesehen. Du hast Beard Salons in Transylvania. Oh, denn wir sind Transylvaniener und wir sollten einfach unsere Fasie ausbrechen, wie Tiere, richtig? Bigot? Hey, ich bin auch Romanian. Mit dieser schade Entschuldigung von einer 5 o'clock shadow? Bitte. Oh, Bruder. Ne, wenn man mich mit eines jagen kann, dann sind das Bärte. Und ich kenne so eigentlich gar keine Frau. Ne, ich kenne gar keine Frau, die irgendwie auf Bärte steht. Also jetzt so in meinem Umfeld oder im weiteren Umfeld zumindest nicht. Oh, ne. Also es gibt, es gibt manche Männer, so diese typisch männlich aussehenden Männer, sage ich jetzt mal, ne. So diese, diese Wikinger-Optik oder wie auch immer. Denen stehen diese Bärte tatsächlich optisch sehr gut. Ich würde aber nie irgendwas mit denen anfangen, weil... Ne. Ähm... Hast du ein Mädchen? Ne, ne, haben wir ja schon. Die Kellnerin. So, this waitress... Anna. 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 How do you plan on getting her attention? Other than my stunningly styled hair, impeccably waxed beard and rock-hard abs? Uh, I think that's as far as this plan goes. That's it? What if your interests are completely opposite or your characters don't match? Wait. What do you mean? We both look good. Are you interested in anything other than her looks? Uh, I, uh... I don't think I understand your question. Never mind, dude. Ja, vor allen Dingen wirkt sie... Naja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, sie wirkt intelligent, aber ich glaube nicht, dass die beiden passen. Ne, ne. See you around. Okay, können wir mit ihr sprechen? Können wir nicht. Schade. Können wir noch irgendwas anderes machen, außer den alten Mann natürlich. Verbogene Gabel, Essig. Oh, okay. Ähm, braucht er das noch? Watch out! What? What? You just said watch out. I did? Oh, I did. What? Oh, watch out! That there is not vinegar. It's not. What? No. It's a powerful solvent. I, uh... I, uh... I mislabelled it. Hehehehe. Hehehehe. Silly me. Nearly killed myself with it. Not to mention me. Can I still have it? What? Yes, yes, take it. Just don't put it in your salad. What? What? Oh, darn it, now I'm doing it too. Uh, thanks. Hehehehe. Hehehehe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Anspielung auf irgendeinen Film oder sowas sein soll. Aber es kommt mir irgendwie... Von irgendwas kommt mir das bekannt vor. Mit dem... Was? Was? Hehehehe. Aber... Ich hab da so ne Idee. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ah, ne. Doch nicht. Oh. Aber ich dachte... Ich dachte schon, jetzt wär's nicht mehr. In your face, kid. Man, that stuff was powerful. Yes. Das war jetzt cool. Ähm, was ist mit der hier? It's a fork with very bentines. Brauchst du die doch? Ich meine, wer weiß. Am I come in handy? Genau, wir sind immerhin hier bei einem Point in Klickspiel. Da kann alles im Endeffekt nützlich sein. Ach, hier geht's noch weiter. Hab ich denn hier vorne soweit alles... Halt! Stopp! Den hab ich nicht gesehen. Okay, there's a thick glove that somehow made its way up there. Can't imagine how that would happen, but there it is. Er hat wohl jemand den Handschuh geworfen, ne? Ich geh nicht davon aus, dass er das machen kann, aber vielleicht mit Kitty. Kein dummer Spruch von Kitty? Wirklich? Yo, Kitty! I need your climbing skills to get that glove up there. But do it, uh... Do it stealthily, okay? Gotcha! Das war so klar. I'm an Inja. Show off. Hehehe. 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 Ähm... Bringt der uns irgendwas? Obwohl, Moment, wenn... Kummi... Aaaaah... Ich bin mir nicht sicher. This glove is super, super thick and temperature resistant. Nice! Ah, warte mal. Temperatur resistant. Ähm... 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 Da war doch irgendwas... Die Glühbirne. Er hat doch irgendwas gesagt von wegen die Glühbirne, aber die ist ihm zu heiß. Hmmm... Dieser Mann hat wirklich Spaß gemacht. Hi da! Hm! Was? 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 Mein Name ist Buzz. Ich bin glücklich für dich, Son. Was? Was? Okay! Von der Optik her erinnert er mich so richtig an diese schönen alten Western-Filme. Die haben dann auch immer so diesen Bart gehabt, dann diese Haare halt mit Hut auf und so. Ähm... How do you like this end? It's pretty good. Considering it's the only one. That makes sense. I'm here about the password recovery. What? What's that? I forgot my username and password. You what? Uh... I mean I forgot my password. Oh. Alright. Well, do you have the letter? Yep, I've got it right here. Alright. You'll need the illuminator. What? What's an illuminator? Thingamajig. Makes light. What? You know what to do with it, right? Nein. Sure. Alright then. You're set. What was that? Thanks. Bye. Okay. Können wir vielleicht nochmal nachhören. Ähm... So... Yes. What? Hmm... Where was I? How should I know, son? What? Uh... Never mind. Bye. 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 Okay. Oh, da ist ja noch jemand. Ah... Hier kann man nichts machen. Hey, it's an old timey radio. Charming. Bye. 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 We're all right here on garlic radio, because we only play the Top Transylvanian Hits. Haha. It's your boy... Wait, no. It's your Main Man Yanku, and we'll be spending the next hour or so together. So buckle up everybody! No, seriously. Whether you are in an autonomous or animal traction vehicle, wear the seatbelts. Please? They don't put those potholes in the road for nothing, you know what I'm saying. Ah, ha, 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 ha. Oh, I crack myself up sometimes. Anyway, dear listeners, here's a weather update. We have no idea what's happening anymore. Darn it, weather. What is this, some kind of a joke? And what's this hurricane, herbie, or whatever they call it, doing here? Hurricanes? In my Transylvania? And not only that, apparently it's messing with the GPS and internet in certain areas. I'm told the Forum Maris is affected by this. Well, Forum Marisians, I hope you're receiving this. You should at least have a garlic radio in your life, am I right? Sure, I'm right. Alrighty, where were we? Caller, you're on the air. You're on the air? Yanko? Yes, you're on the air, friend. Now, wait. Is it really Yanko? Yes, it's me. You're on the air. Really? Oh, whoa. Oh, okay. You know, this always gets me. You call the radio specifically to talk to me, and then you're surprised when you finally do, and you don't believe it's me. So many people doing that. I don't get it. It's like, it's like if I called the police, and they answered, and I'd be surprised as the police and questioned it. Jeez, okay. I'm sorry. Ah, no, 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 no. Don't be sorry. I'm just a little jumpy today. Just feeling these crazy times we're living in a bit more intensely today. Must be these weird mood swings the weather's been having. Oh, right, dear. What's your name, and what are you calling about? There's a team. You know there's a team, right? Yes, yes, absolutely. That's why I called. I'm Yon. Everyone calls me Johnny. I'm a... I used to work the wolves up the old road leading to Castle Negro. Work the wolves? What is that? Some kind of a crazy young man lingo, like sweet, or ghost riding the whip, or things keep saying nowadays? No, 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 no. I was working with actual wolves, you know? We'd have these wolves that would just run along the carriage and howl as tourists were transported to the castle. And then we can't do it anymore. Well, my dear, it's not that I don't respect your profession, but wild animals should be left to be wild. Surely not used as tourist attractions. No, but you don't understand. I wasn't hurting the animals or making them do it. We grew up together. Look, granted, you don't sound like the most polite and civilized person I've ever conversed with, to be sure. But I wouldn't exactly say you were raised by wolves. Not by. With. See, my father was a woodsman, and he found these wolf puppies. Who knows what happened to their mother? And so we kept them, and we raised them. Are you pulling my leg here? No, sir. You can ask anyone living in the area. Everybody knew my daddy. Good old Edward the woodsman. Well, Ned, to most people. Good man. Is he not around anymore? Uh, no. Ugly, ugly chopping accident. He really got carried away with a promotion, and, um, kind of lost his head. Oh, that's a shame. So sorry to hear that. So, these wolves, uh... Yeah, me and my siblings each got one. Wait, you said wolves at first, not wolf. What? Did you move in on your siblings' pets or something? No, see? They, uh, my siblings, uh, they kind of started dropping like flies. Oh, my. Forgive me for sounding insensitive, but your family seems really, really fragile. Yeah, well, I guess we have a tendency to stick our noses where we don't belong, and then, whoops, nose gone, so to speak. Oh, dear me. Yes, anyway. So, I had these wolves, and almost no close relatives to speak of, right? Well, we took a job as, uh, security guards first. You and the wolves? Together? Well, yes. They let us work together because, you know, security. Mind you, these are really tame wolves. Like dogs, really. I get it, I get it. So, was this like a mole you were guarding? Uh, no. Um, a wall. You were guarding a wall? Pretty much, yeah. See, there were things on the other side of the wall. Things? And I kind of let them all come in. Oh, wow. Okay. So, so, I was unemployed, so we got this gig running the wolves along carriages headed to the castle. And then that one we lost, too. And you know why? No idea. Another wall? No. Tourists complaining. Too dangerous. One, these are tame wolves. Friendly. All they do is howl. Two, they do not want fear and excitement, because that's our brand. I just don't get it anymore. I feel for you, Johnny. Yeah. They're making me use huskies. Huskies. How can I look my wolves in the eye anymore? I don't know what to say, brother. Anyway, gotta go. Apparently there's going to be this meeting and I have to be there. There's this new kid I'm supposed to show the ropes to. Well, that's nice, at least. What's his name so we can give him a shout-out? Um, uh, I think it's Ollie? All right. Ollie and Johnny. Hope you guys get along. Good luck with the wolves and the castle and the wall and everything. Thanks, Yonku. Coming! Poof. All right. That was a, um, surreal call. I think I can say that. Not quite. I mean, let's say, on the edge of believability and stuff like that. We wish you good luck, Johnny. It seems you and your family have been dealt a pretty bad card in life. Hey, what are you gonna do, right? Sometimes you're the steak. Sometimes you're the vampire. Who knows? Maybe one day you'll make something of yourself. And take care of those wolves, will you? Good luck to you, kid. Sheesh. All righty, then. Where were we? Oh, right. I was going to check in with the nation. Feel its pulse and vibration on the one and only... Hello? On the one and only... Garlic station? That's it, dear listener. Phew. We were almost getting far enough from my initial gambit for the rain not to work anymore. But then you turned it around like a horse cart in, uh... Like a horse cart. I sure did, didn't I? Yes, you did, dear listener. And my screen over here says your name is Michu, right? Uh, well, it's Mihai, really. And frankly, I'm a little upset your producer would take such liberty with people's names like that. Oh, oh, come on. We are all friends here, Michu. Mihai. Yeah, whatever. So, you are aware that there's a team, right? Um, really? Well, I, uh, don't know if I'll stick with it. I think I'll just wing it, you know? That's my motto in life too, Alex. Michu. Oh, snap. Ah, ah, ah. L-O-L, as the kids say, right, dear? So, was there something you felt you needed to communicate to the Garlic Nation? Yes. I love you, Mariwara. Oh, brother. Should've known. Should've known. Are you at least sure she's listening, friend? Who cares? The world must know. All righty. Well, now that we got that out of the way, anything else, Michu? Huh. Well, I never really thought much farther than that. You didn't, did you? Marriage? Kids? Marriage? You love that girl, don't you? Isn't it your biggest desire to spend the rest of your life with her? I mean, yes, sort of. I mean, yes, I love her, but the rest of my life, that sounds very final. Leave it to unmarried man to use such a bone-chilling word as final to describe blissful, everlasting marriage. Oh, brother. And children. What do you mean, brrrrrr? They are pure joy, those little rascals, don't you know? Um, well, yeah, but aren't they noisy? 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 Understatement of the year, my dear Paul. But, hey, eventually they grow up and, well, they go in the exact opposite direction. You know, they hit 16, they don't talk to you anymore, you suck, everything about you sucks. Well, it seems I inadvertently scared him off. Eh, what are you gonna do? Everlasting love is not for everyone, my dear listeners. Okay, where were we? Just a quick reminder... Nee, ich glaube, wir machen das jetzt langsam mal wieder aus. Also, ich hatte gedacht, ich könnte das jetzt durchziehen und das dann irgendwann Schluss ist, aber der labert anscheinend ohne Unterlass. Ich fand es aber ziemlich cool, die Anspielung am Anfang auf, äh, ja, im Endeffekt Menzien und was war das andere? Ach so, die chinesische Mauer sollte das sein, ne? Von wegen, ich bewache eine Mauer, aber ich habe alle Sachen durchgelassen. Das war auch nicht schlecht. Diese Leute lieben wirklich ihre Bilder. Gellig dekoriert auch. Strenge genommen hätte es ja auch die Mauer, äh, die Wintermauer, oder wie heißt die da von, ähm, Ach, wie heißt es jetzt? Äh, von Game of Thrones sein können. Ich glaube nicht, ich brauche jetzt keine Bilder. So, können wir jetzt nur noch die beiden, ja, und das Radio. Was mich ein bisschen irritiert hat, deswegen musste ich hier nämlich nachgucken. Er hatte dieser eine Anruf mit den Wölfen da, also der zweite, der hieß ja Ion. Und das hat mich dann doch ein bisschen irritiert. I think they're the owners of this fine establishment. Hm, der hätte einen dunklen Bart, aber ich denke mal, dass das... Ja, ja, klar, mit ihm haben wir ja schon gesprochen wegen Passwort, ja, ja. Hi. Hello, foreigner. Greetings, stranger. My name's Kerwin, Buzz Kerwin. Rodica. And this is my husband, Ishtan. Wait, did you say, Kerwin? Yes, I'm actually half-Hermanian myself. Too late, amnye Ishti. Are you thinking what I'm thinking? Yes, dear, and I don't like it one bit. What? Nothing. Never mind. Oh, why does everything have to be so mysterious and complicated? Also, anscheinend ist meine Familie oder ich als Kind bin hier sehr bekannt. I'm looking for a girl. This is not that kind of a... No, no, a particular girl. Her name is Peace. Is this some kind of social commentary metaphor you're trying to pull? Pretty beautiful if it is. Uh, no, I mean it in the most literal way. Look, we have to be very skeptical to strangers around here. Especially foreigners. Don't ask, we just do. Foreigner, stranger, no one ever seems to be welcoming anymore. I'm starting to think it's me. Oh, it's not you. We have to... Ishtvan, you should stop talking now. Hmm? Now I'm even more curious. Curiosity is a very healthy thing. Up to a certain point. Then it can start to become extremely unhealthy. I love when you put complicated things into concise sentences. Even simple people can understand, Roddy. I'm still curious about your unwelcoming attitude. I mean, this is an inn, right? We are, uh... We have to be skeptical toward foreigners. Have to? And I'm half Transylvanian. Half Transylvanian, huh? Okay, okay. Let's say you need to earn our trust. Irrtet. Ja, das klingt wirklich irgendwie doof. Ähm... Gesundheit. Ja, das war auch mein erster Gedanke. Okay, I'm sure I haven't offended you. That's uncalled for. You said you're half Transylvanian. Zuika is our local drink. Sixty percent Alkohol. Oh Gott. Nein, nicht schlagen, trinken. Ähm... There you go. Now, ask me anything. K... S... 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 I don't understand. Come back when you're sober, eh? Heh heh heh. What was that about my name? Oh, it's just... Uh... How do you spell that? K-E-R-W-A-N. See? That doesn't sound like a local name. Not at all. Has it been altered in the last few generations? You know, I really have no idea. Wait, altered from... From what? Is the gentleman's business. But Corp... Shush. Corp what? Enjoy your stay in scenic Transylvania, my friend. Hmm. Talk to you guys later. Servus. Das macht keinen Unterschied, wem wir hier ansprechen, ne? Tja... Och, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Ach, er... Er würde passen, weil er hat tatsächlich einen schwarzen Hut. Hey, 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 hey. Greetings, my skinny friend. Oh my, hey there. Good to meet someone friendly. Heh 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 heh. Have you been talking to these grums around here? Eh... Don't judge them too harshly. That's standard foreigner procedure. Standard procedure? This must be a cultural barrier thing. I'm baffled. I am afraid it's not for me to explain. So, let's just leave it at that. So, what is it you wanted to talk to me about, Sunny? Ja, erst mal vorstellen, würde ich sagen. My name is Buzz. Buzz Kerwin. Luca, the coachman. At your service. How's the coach business going, Luca? It really depends on where you want to go. It's been several days now that we have no GPS signal. Strange times, indeed. You need GPS for your coach? Well, again, it depends on where you want to go. Some places are very difficult to access, even to an experimented coachman like me. So, me and Rosie have to relay on technology. You know? But everything is so traditional around here. Ah, don't let appearances fool you. We have some of the fastest internet in the world, friend. And it just sort of went away locally, along with the GPS signal. Okay, ich vermute jetzt mal, dass wenn wir das Internet hier wiederherstellen, ist der Kutscher quasi auch bereit, uns ja vielleicht zu dem Schloss zu bringen, nehme ich mal an. Weil das war ja schon anklickbar da oben. Hast du keinen technischen Support? Just went away. Hey, you didn't look into it? Everyone who was good at computers move away years ago, sadly. Tech Support should be on its way. Unfortunately, with no GPS and the treacherous terrain, plus this weather, who knows when they'll arrive. Hm. Das ist ja super. What if I told you I'm Tech Support? Well, you'd make Luca a very happy man. See, my love life. Yes? Why am I about to pour my heart out to a stranger? Weil ich der technische Support bin. Ähm. Ja, eins oder zwei. Ja, er kennt sich da unheimlich gut mit aus. Vor allem, weil er gesagt hat, er hat keine Freundin. Because you know I'm trustworthy. You can see it in my eyes. Oh, look, my friend. See that beautiful witress over there. Her name's Anna. The prettiest name in the world. Just listen to it. Anna. Anna. Luca is so in love with her. Uh, sorry, but what does this have to do with the GPS and internet being down? Well, this isn't the Middle Ages, Buzz. I can't just walk up and talk to her like some troglodyte. You can't? No, no, no. Of course not. Not in this digital day and age. Oh, I can't rest until I see which way she swipes for me on garlic. Is that some kind of dating app? The best there is in Transylvania. Oh, Gott. So eine Scheiße jetzt auch noch hier drin. Die sind ziemlich abgestürzt, glaube ich, von den Nutzerzahlen her. Das war das Letzte, was ich davon mitbekommen habe. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht so verfolgt, weil interessiert mich nicht die App. Was, wenn sie einfach nicht auf dich steht? Was ist du da? Luca, hilf mir mit dieser Zutziersache. Nein, wir fragen nicht. Nee, nee. Luca, hilf mir mit dieser Zutziersache. No, 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 no. Danke. Got to keep a clear head when steering the couch. Ha, 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 ha. I meant, do you have any idea what I could do so it doesn't hit me like a freight train? Ähm, I remember reading about that on a forum recently. But my memory isn't what it used to be. If only the internet was working. Okay, also, außerdem müssen wir das Internet herstellen, damit er für uns googeln kann, wie wir nüchtern bleiben, wenn wir das Zeug trinken. Okay. What are you eating there, Luca? Oh, just had my mamaliga. But I'm afraid it's our goal. Do you think I could have the little cauldron? I'll bring it back. Well, sure. As long as Rodica doesn't notice. Help yourself. Okay. Weiß noch überhaupt nicht, wofür, aber okay. Nice pipe. Thanks. Tell you the truth, I haven't smoked in 24 years, but I feel it gives me some facial balance. Okay. Naja, da könnte er ja auch auf ein Grashalm irgendwie rumkauen, das würde genauso aussehen. Ähm, ja, ich schätze, wir müssen es mal fragen. What if she's just not into you? Oh, Luca will just look for another girl. I guess. But I need to know. First, can't make any moves before that. Huh. That's a very mature way to see things. Nice. Eh. Life is too short to cry over spilled milk, friend. Hehehehe. Plenty of pretty girls in Transylvania. Don't you worry about that. I just hope she doesn't fall for that hipster Vasile with his trimmed beard and his fancy haircut. What if I go ask her for you? What is this, fourth grade in the 18th century? Huh. I'd be left out of the inn. Huh. See you later, Luca. Talk to you soon, Bas. Bye, sir. Bye, sir. Ansprechen können wir sie jetzt leider auch nicht. Dann würde ich jetzt mal sagen, weil ich jetzt gerade auf die Uhr geguckt habe und wir schon ein bisschen überzogen haben, dass wir dann hier tatsächlich jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was wir jetzt als nächstes machen. Also die Sache mit der Schleuder, da müssen wir noch hin. Die Glühbirne könnten wir auf jeden Fall noch rausholen. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dem Kessel hier machen. Ich nehme mal an, dass es was zu essen, keine Ahnung. Kann man das kombinieren? Das würde jetzt nur so ein spontaner Gedanke machen. Na gut, vielleicht müssen wir auch irgendwas Magisches damit kochen oder so. Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, die Sache mit der Glühbirne werden wir auf jeden Fall noch in der nächsten Folge machen. Ich denke, dass wir mit dem kleinen Jungen, mit der Frauenstimme da nochmal sprechen werden. Weil da war ja nur die Aufgabe, dass wir das Gummiband abmachen sollen. Mehr war da ja, glaube ich, nicht, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, das Internet hier irgendwie wieder ans Laufen zu kriegen. Da bin ich echt mal gespannt, wie wir das machen sollen. Und ob wir eventuell nochmal mit dem Typen sprechen müssen oder sowas, der so kurze Sachen nur sagt. Und wir müssen noch herausfinden, was die Sache ist, wobei dazu müssen wir halt das Internet wieder zum Laufen bringen, was diese eine Sache ist, wodurch man halt eben nicht besoffen wird, wenn man dieses Zeugs da trinkt, diesen 60-prozentigen Alkohol oder was das war. Auf jeden Fall haben wir noch eine Menge vor in der nächsten Folge. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao! Ciao!